Zwei Städte, ein Erbe. Unter diesem Motto läuft das Jubiläumsjahr 20 Jahre Weltkulturerbe in der Hansestadt Wismar und der Hansestadt Stralsund. Von März bis Dezember finden in beiden Städten mehrere Veranstaltungen statt, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Also ich erhoffe mir von diesem Jahr, dass wir für unser Welterbethema nochmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit erhalten. Einmal natürlich innerhalb der Stadt, dass wir unsere Stralsundinnen und Stralsunder bei den Veranstaltungen begrüßen können, ihnen auch ihr Erbe nochmal in besonderer Weise nahe bringen können, um natürlich auch den einen oder anderen Gast, der vielleicht sich entscheidet, in diesem besonderen Jahr nach Stralsund zu reisen und unsere Altstadt sozusagen auch touristisch zu erleben. Die beiden Höhepunkte des Jubiläumsjahres sind auf beide Städte aufgeteilt. Am 5. Juni wird in Wismar die zentrale Eröffnungsveranstaltung des bundesweiten Welterbetages sein. Der gemeinsame Festakt für geladene Gäste wird dann am 27. Juni in Stralsund stattfinden. Alle Informationen und das gesamte Programm finden Sie im Internet unter der eingeblendeten Adresse.